Siehre zeige ich heute erstmal soweit durch, sprich ich habe keinen Bock mehr, weil mich nervt das Spiel einfach dann. Und das sieht man hier auch, Prüfungsticket, zwei Siegel, zwei Niederlagen. Ja, läuft nicht. Aber dafür habe ich jetzt die Beutelzüge endlich fertig. Also das ist auch das eigentlich, was ich zeigen will. Dann mache ich erstmal die billigen Dinger auf, die Bronzestufen. Okay, dann wieder noch eine Bronzestufe, mache ich jetzt auch auf. Okay, jetzt mache ich das Goldpaket auf, äh Silber, Entschuldigung. Hoffentlich kommt da endlich mal was Gutes. Nicht wirklich. So, und jetzt nochmal das Goldpackage. Okay, da habe ich was Gutes gekriegt. Sieht ja schon mal interessant aus. Ich hoffe mal auch, der hat noch, oh, warte mal, genug Angriff. 304er, okay, das sieht ja schon mal nett aus. Wer ist das? Die Tamarinde. Okay. Ja, das muss ich aus meinem kurz wie Perks angucken. Schlachten Sprinter, Kids mit dieser Waffe, Gewehren, kurzzeitigen Boost für den Hochgeschwindigkeits-Sprint. Und dann schwere Ladung, erhöhter Sprengkopf-Explosionsradius. Speer erhöht die Sprengkopfgeschwindigkeit. Und Feldscout erhöhte Munitions-Tragefähigkeit. Und das hier Zielsuche, das ist ja sehr gut. Aus dieser Waffe abgefeuerte Projektilverfolgende Ziel. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das finde ich schon mal gut, dass ich den habe. Schon mal ganz geil. Ja, und den Rest, mal gleich mal gucken, ob ich noch was in Postkassen habe gleich. Aber sonst, mal kurz mal gucken, ob ich hier was wähle. 1,5 Liter noch. Na, gehe ich da mal gucken. Und sonst, ja, das war's. Wollte ich mir zeigen, was man da so bekommen kann. Und gut war jetzt okay. Das anders mache ich jetzt auch nicht mit Osiris. Pakete sind vollgeladen. Und das war's.